... ... ... ... ... ... ... So, jetzt ist es weiter und denkt, wir landen nach dem Spiel, das ECHO, das Nachschiede-echo unserer Zeitung berichtet. Öwe, das Spiel wird an dieser Stelle für ihre Hilfe in der letzten Saison und natürlich auch in dieser Saison. So, jetzt geht es gleich los. So, wir können es noch mal sagen, erster Spiel der Regionalliga und Regionalliga in der dritte Liga. Und wir können uns noch mal zurück als Gäste. Holger Messer und Ausatmen heute, wir freuen uns auf eine tolle und spannende Gegend. Das geht los. In der Liga!